22.08.95, Arno Domini. 29.08.95, Arno Domini. Ich bin zwar schwul, aber mich kannst du nicht haben so einfach. Ich krieg dich. Ich krieg dich, Junge. Ich krieg dich. Ich mach dich mal. Ja? Wo war's? Hast du mein Auto? Eddie, es kommt wieder am Boden. Ich rüchte, ich rüchte, ich dachte, das war die 12 Jahre hier. Das haben sie dir ja gesagt, dass man sowas nicht machen darf, ne? Ja und ich kann auch nicht. Das kannst du wiederum nicht? Ja, die 12 Jahre hier oben. Ja. Nein, ich könnte nur noch die Beine rufen. Zu stein ist das alles. Na ja, das sagst du, du kleiner Kinderficker, du rundumleuchte Klauer. Was ist das da? Ich brauch alles für Alarmanlagen. Na ja, ich sag immer, da bin ich da ja schon mal. Sozialempfänger. Natürlich, natürlich bin ich das. Ich bin das alles. Kein Problem. Sag mir, nur du bist sie. He he he. Arschloch. Vom Kanal, ich hab dir eben schon mal gesagt. Und bitte Parasit. Ja, damit steh ich noch mal auf der 33 Höhe. Dann drück ich nur noch 3, damit dann will ich tief rufen. Freundchen. Da funkst du mit 10er nicht mehr. Apropos 10er. Da könntest du so noch eins von mir. Ja. Da kriegst du so noch das Fen. Da kriegt das Fen ab jetzt. Alle beide da. Ja. Da fährt er nicht nur nach Alpdorf. Da kann er bezahlen. Tja. Tja. Und wie? Kript gesperrt. Geld gesperrt. Ja. So, einfach ist das. Jawohl. Tja. Ja. Nicht mal deine Kiste da ausmachen. Du stinkst ja schon über den Funk. Ich mach gar nix aus. Ich schlach da jetzt die Frösse. Ja, dann können wir was helfen davon. Na? Schmalbrattfahrer, du. Sag mal, ich war jetzt immer in den Windbursch. Und immer ein bisschen rausgekommen. Wenn ich da einfach geflöten. Ich krieg dich doch. Und dann kommt es an der Hand. Jetzt war ich hier. Ja, ich krieg dich jetzt. Ich will jetzt. So, so. Du griffst mich überhaupt nicht. Du griffst mich überhaupt nicht. Du griffst mich überhaupt nicht. Ich muss da auch keinen machen. Weil... ...bezahlt haben. In der Folge selbst hat sie gar keinen Anschluss. Hehehehe. Du Arschloch. Das hat Melanie mir auch gedacht. Das weiß ich, dass diese feuchte Oma zählt. Die du mir schlachtest. Die soll ich mit Peter ficken. Ich hab Bilder. Ja, das reicht. Ich hab Bilder. Ja, für Bilder. Die guckst du an. Dann kannst du eine runterholen oder was. Weil du selber griffst. Du griffst doch keine Frau rüber. Auch wenn ich 10, 12 Jahre hin. Ja. Mach das nicht schlafen. Weiß kurz. Guten Morgen. Bin dafür zu viel. Viele Bilder hier in der Östatt. War plutôt am Schlauch. Bis jetzt am Hotel. Ja. So könnt ihr allen gehen. Von dir habe ich auch Bilder, Freund. Von dir auch? Ach dort da mal mit. Die Wolke schafft sich da auch. Freundchen. Ich bin wie ein Agent. Ja, aber jetzt ist es noch schlimmer, aber ich bin noch besser. Tja, woran liegt das? Ja, nein, woran liegt das? Ja, die ist wieder schneller. Ja. Fertig für deinen Freund. Du musst gucken, wie ich ihn verteidigen kann. Ja, freut mich.